Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmates, die Nebel von Maple Creek. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, sind etwas weitergekommen und wir versuchen jetzt dem bösen, bösen Typen hier eins auszuwischen. Gut, wir wissen eigentlich, dass es nicht klappen wird, aber wir versuchen es dennoch. War das hier? Ne. Das mit dem Flügel war ich... Ne, nicht hier hinten. Ne. Da. Einberufungsritual. Ah, das Buch, eine Feder und das Ding. Okay. So, wir brauchen Stechapfel-Holzfigur. Das ist eine Pfeife gewesen. Hi. Holzfigur. Flügel. Mütterling. Hohren. Ist... Ist die Arie ein Buch? Äh, Kristallstaub. Äh, Kristallstaub. Wappen. Wappen. Mh, da. Lechäpfel. Lechäpfel. Hier haben wir den Schlüssel, bitte. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass das hier so sein soll. Meiner. Hier haben wir den Schlüssel. 할Stepjärpfel. Und vielleicht... Okay. Okay, das kann nicht passen. So. Nee. Der Priester. Okay. Okay, das ist nicht exakt... Warte mal. So, geschwärzte Feder. Okay. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Okay. Und der Stromquelle zu verbinden. Okay. Okay. Du kommst hier hin. Okay. Und hier jetzt noch mal wimmeln. Schmuckkästchen als Gurtkrawatte. Ach, das hier ist Schmuckkästchen. Es ist kein Schmuckkästchen gewesen. Was brauche ich? Kartenspiel. Versperrknopf. Ich sehe aber immer noch keine Schmuckkästchen davon mal ganz abgesehen. Das hier. Okay. Äh... Eidechse. Sehe ich grad nicht. Doch, da. Becher. Amsel. Kamm. Und Bären. 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 Und wo noch der Kamm. Da. Ein Jeffstück. Bären. Und wo noch der Kamm. Bären. 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 Ach so grünen. Wine. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, das können Ewigkeiten dauern ZDF, 2020 So, einmal damit ich das Ding darüber kriege. Perfekt. Puh. Äh. Afgai, Schattenherrscher, Priester, Krähe, Monarch, Aufseher, Traum, Verschlinger, Cobra, Grauen. Nur du, mein alter Freund. Ultimative Waffe. Ja. Das zerfällt schon. Das zerfällt schon. Oh, okay. Ja, keine Ahnung. Ach, einfach nur da hinstellen. Ja, toll. Ich kann jetzt hier aber nichts weiter machen, ne? Ich meine, hierzu fehlt noch was. Fehlt halt echt noch was zu. Vielleicht kann ich hier was hinzufügen. Ja, aber was? Ja, da komme ich da nicht ran. Mensa. So. Oh. Oh. Das ist ... Das ist ... Zange ... Jetzt ... Nach Ewigkeiten ... Okay ... Um ... Ach, er ist ... Oh, er soll alles blau sein. Okay. Dann hält er das blau. Oh ... Okay, das nehmen wir einmal mit. Ja, er ist weg. Er ist weg. Es ist Zeit für meine Freunde frei. Ich war in. Und sie waren alle da und breathieren. Ich musste Mark raus, so schnell wie möglich. Mark, Mark ... Okay. Dann machen wir ihn einmal los. Ich war so nahe. Ich war so nahe. At that moment, I felt nothing could stop me. If only ... ... ... ich war richtig. Defenseless little mortal ... ... du wirklich glaubst, du könntest du escape? Bitte nicht wir uns. Wir tun uns. Wir tun uns? Nein. Nein. Ich habe eine bessere Use für dich. Das war die letzte Mal ... ... ich sah Mark ... ... außer als in den Scherden ... ... meiner Erinnerung ... ... aber jetzt ... ... ich bin endlich frei. Danke. Danke. Ich sage dir noch eine Frage. Du hast gesagt, ... die Dokumente gefunden in Wittmarsh's estate. Sie sagen, ... dass wenn der letzte Reeper ... ... bleibt, ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist richtig. Das bedeutet, wir haben noch Zeit. Die Spiel ist noch nicht vorbei. Ich denke, wir sollten uns die Forces, nicht? Du, Detective? Ja, ich mache. Du, Partner. Ja, und somit haben wir Enigmates, die Nebel von Ravenwood, jetzt auch komplett abgeschlossen mit jedem kleinsten Bonus für Zärtchen. So, dann wartet eigentlich nur noch eine einzige Sache zu tun und zwar Teil 3 und damit auch der letzte. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich ihn gleich direkt im Anschluss im Voraus schon aufnehmen werde. So ein bisschen zumindest. Ähm, ich weiß nicht, wann er kommt. Da muss ich immer erst gucken, wann ich da meine ... Äh, ich sag jetzt einfach mal den Endtrailer fertig habe. Ähm, ja. Ja. Lasst euch überraschen. Ich bin gespannt, was ihr dann zum dritten Teil sagt. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Und keine Angst, es kommen auch bald andere Spiele. Ähm, ich habe mir halt nur vorgenommen, dass ich zum Beispiel, wenn es im Filmebild reingeht, dass ich die Reihen jetzt erstmal beende. Wenn es jetzt um Großreihen wie Elder Scrolls oder Final Fantasy oder sowas geht, werde ich nicht in eins durchspielen, weil das ist unmöglich. Die Zeit und die Lust habe ich einfach nicht dafür. Ja, werden die Teile einzeln irgendwann kommen, aber nicht auf einmal. So. Aber bei so kleinen Spielen, wo es halt nur drei Teile sind oder, ne, die halt allgemein nicht lange dauern. Da kann ich das wunderbar machen. Ist das kein Problem. Damit dann nicht wieder irgendwas auf der Strecke bleibt oder alles durcheinander gewuselt ist. Deswegen, ne, nur wenn ihr Bescheid wisst. So. Und damit bedanke ich mich auch recht herzlich fürs zu sehen. Das hier haben wir ja eigentlich schon durchgesehen. Und, wobei ich glaube, wir sind sowieso am Ende. Und, ja, ich bedanke mich recht herzlich. Vielleicht sieht man sich mal in dem Stream. Oder allgemein mal so hier und da. Und, ja, vielleicht kommt ihr auch auf den Discord-Server. Mal gucken. Würde mich freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Amen. It's been two years since the events of Maple Creek, and I'm still on the hunt for the creature. So far, he's stayed one step ahead, but I have a lead. I'm still on the hunt.